Ausschlag, Oliver Cech, der bis vor zwei Tagen überhaupt noch gar nicht wusste, dass es dieses Turnier hier in Zögern gibt, und zwar schon seit Jahrzehnten. Dann hat er durch einen Facebook-Eintrag eines gewissen Reinhard Stein, der hier ist mitbekommen, und zack, hat er seine Ehefrau überredet, wir spielen am Samstag da mit, das hatten wir noch nicht, spielt hier gegen Dr. Alvin Barth aus der Schraube. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Und jetzt sofort in den Kick gewonnen. Ja, besonders schön im Fallzug kommen wir nicht zustande. Ja, besonders schön im Fallzug kommen wir nicht zustande. Vielen Dank. Vielen Dank.